So, hallo! Es geht immer noch um die Abschlusseigenschaften regulärer Sprachen. Und nachdem wir uns beim letzten Mal den Abschluss unter Schnitten und Vereinigungen angeschaut haben, soll es diesmal um den Abschluss unter Komplement und Stern gehen. Und auf dem Weg dahin auch den Abschluss unter Konkordination. Mein Name ist Markus Krötz. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer kleinen Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten. Ja, das war das Bild, was ich Ihnen schon gezeigt hatte. Und der Satz, den wir hier beweisen wollen, meine Behauptung ist, dass alle diese Operationen auf Sprachen die Regularität einer Sprache erhalten. Das heißt, dass die regulären Sprachen abgeschlossen sind unter diesen Operationen. Und wir haben das schon gesehen bei Abschluss unter Vereinigung und Schnitt. Wobei wir bei diesen beiden Fällen nicht nur allgemein gezeigt haben, dass diese Sprachen wieder reguläre Sprachen sind, sondern auch gleich einen Automaten angegeben haben, mit dem man diese Sprachen erkennen kann. Sofern man bereits Automaten hatte für die entsprechenden Teilsprachen L1 und L2 hin. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben die Operationen auf Sprachen übertragen auf Operationen auf Automaten, mit denen wir einen Automaten erzeugen, der die gewünschte Sprache erkennt. Und genauso wollen wir weitermachen. Der nächste Punkt hier ist das Komplement. Das heißt, wir suchen einen Automaten, der genau die Wörter akzeptiert, die ein vorhergegebener Automat nicht akzeptiert hätte. Wir wollen also das Akzeptanzverhalten des Automaten komplementieren, also genau umkehren, wenn Sie so wollen. Wie könnte das gelingen? Naja, es ist relativ einfach. Die Idee ist, wir starten diesmal mit einem deterministischen Automaten, der also überhaupt nur einen möglichen Lauf zulässt, und wir vertauschen schlichtweg die Endzustände mit den Nicht-Endzuständen. Also die Idee ist, wir machen jeden akzeptierenden Zustand nicht akzeptierend und jeden verwerfenden Zustand akzeptierend. Gut, das lässt sich sehr einfach definieren. Wir sagen, für einen deterministischen endlichen Automaten, ein DFA, der diese üblichen Bestimmungsstücke hat, definieren wir den Automaten M quer, also den Komplementautomaten, als den DFA, der genau die gleichen Bestimmungsstücke hat, die gleiche Übergangsfunktion, die gleichen Zustände und den gleichen Startzustand, der sich lediglich darin unterscheidet, dass seine Endzustände genau die komplementäre Menge an Zuständen sind. Okay. Ist das vielversprechend? Ja, wir können uns mal ein Beispiel anschauen, wie das aussieht. Hier haben Sie einen Automaten, den wir schon im letzten Video betrachtet hatten, Wörter mit gerade Anzahl an Nullen. Der Startzustand ist hier bei A und wir können jeweils eine Null lesen und danach beliebig viele Einsen. Wir müssen aber irgendwann wieder die zweite Null lesen, um die Zahl gerade zu machen, bevor wir akzeptieren können. Und auch hier können wir wieder beliebig viele Einsen lesen. Wenn wir nun die akzeptierenden und die verwerfenden Zustände miteinander vertauschen, dann erhalten wir diesen Automaten und es ist leicht zu sehen, dass das tatsächlich genau die Wörter mit ungerader Anzahl an Nullen akzeptiert. Ja, also Sie können initial nach dem Starten beliebig viele Einsen haben, aber irgendwann muss eine Null kommen, wenn man zum akzeptierenden Zustand gelangen möchte. Hier dürfen Sie weiterhin beliebig viele Einsen lesen, das ändert nichts an der Akzeptanz, aber wenn eine zweite Null auftaucht, dann landen wir wieder in Zustand A und müssen warten, bis noch eine Null auftaucht, bevor akzeptiert werden kann. Das heißt, das funktioniert schon sehr gut. Und wie Sie es bereits kennen aus den vergangenen Vorlesungen, wollen wir auch hier kurz beweisen, dass das auch wirklich funktioniert. Und da können Sie bitte genau mitverfolgen, wie die einzelnen Schritte sind. Ich denke, an dieser Stelle wissen Sie wahrscheinlich schon, wie man sowas im Prinzip macht und können ganz gut vorhersehen, wie wir jeweils vorgehen, was hier zu tun ist. Also die Behauptung steht hier nochmal deutlich. Für jeden endlichen Automaten M gilt, dass die Sprache, die der komplementierte Automat akzeptiert, genau das Komplement der Sprache ist, die der Automat selbst akzeptieren wird. Und das wollen wir jetzt zeigen. Solche ähnlichen Dinge haben wir schon mehrfach gezeigt, auch jetzt bei den Abschlusseigenschaften. Hier geht es um die Gleichheit zwischen zwei Sprachen. Und diese Gleichheit, wissen wir, besteht im Prinzip immer aus zwei Inklusionen, die wir auch oft getrennt zeigen können. Das heißt, wir beginnen mal mit einer Richtung und zeigen, dass die Sprache des komplementierten Automaten im Komplement der Sprache des Automaten liegt. Diese verschiedene Verwendung von Komplementen hier ist vielleicht minimal verwirrend, aber Sie wissen, das ist einfach der Automat mit den vertauschten Endzuständen und das ist das tatsächliche Komplement der Sprache. Das heißt, was auf dieser Seite zu finden ist, hier im Komplement der Sprache, das sind genau die Wörter, die nicht in der Sprache selbst liegen. Das heißt, wir wollen zeigen, dass ein Wort, welches vom Komplementautomaten akzeptiert wird, nicht vom originalen Automaten akzeptiert wird. Das machen wir jetzt für ein beliebiges Wort. Auch das ist eine Technik, die wir schon häufig angewendet haben. Wir beweisen so eine Inklusion punktweise, wie man sagt, oder elementweise. Wir schauen uns ein beliebiges generisches Element W an und zeigen, dass es dafür gilt, dass dieses Element, wenn es in der linken Menge ist, auch in der rechten Menge sein muss. Und da das Element beliebig war, zeigt das, dass jedes Element, das in der linken Menge ist, auch in der rechten vorkommt. Das ist also unser generisches Wort W aus Buchstaben A1 bis AN. Ich würde hier auch das leere Wort zulassen, wenn N gleich 0 ist. So ein Wort wird nur dann vom Komplementautomaten akzeptiert, wenn es einen entsprechenden akzeptierten Lauf gibt. Auch das kennen Sie. Das ist die übliche Analyse, die wir gemacht haben für diese Situation. Wie kommt ein Wort in die Sprache? Naja, weil es wurde akzeptiert. Das bedeutet, es muss einen Lauf geben oder eine andere Akzeptanzbedingung. Wir hatten ja mehrere Versionen mit verallgemeinten Übergangsfunktionen, könnten wir auch arbeiten, wenn wir wollten. Hier arbeiten wir mit Lauf. Der Lauf sieht irgendwie aus, indem er mehrere Zustände hintereinander besucht. Das sind eine feste Anzahl, nämlich N plus 1 Zustände für ein Wort der Länge N. Und dieser Lauf ist akzeptierend. Das bedeutet, dass der Endzustand QN hier tatsächlich ein akzeptierender Endzustand des Komplementärautomaten ist. Das heißt, er ist ein Zustand in Q, der nicht in der Menge F auftaucht, die zum Automaten M gehört. Na gut, aber damit haben wir ja im Prinzip schon das, was wir wollen. Wenn der letzte Zustand kein Zustand aus F ist, dann bedeutet das, dass dieser Lauf ein verwerfender Lauf für den originalen Automaten wäre. Er würde denselben Lauf produzieren, denn er hat dieselben Startzustände und dieselbe Übergangsfunktion. Aber das, wo er am Ende landet, wäre eben kein Endzustand. Und somit müsste M das Wort W ablehnen, verwerfen. Und das heißt, W ist nicht in der Sprache von M. Und das bedeutet, es ist im Komplement der Sprache. Damit haben wir die erste Teilrichtung hier gezeigt. Okay, gut. Wie geht es jetzt weiter? Es fehlt noch die Rückrichtung. Auch hier gehen wir punktweise vor. Bloß nehmen wir jetzt wieder aus der diesmal unteren Menge Komplement von LM ein Wort. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben ein Wort, welches nicht in LM liegt, welches nicht von M akzeptiert wird. Okay, was wissen wir dann über dieses Wort? Es ist dann kein akzeptierender Lauf entstanden. Stattdessen hat M einen verwerfenden Lauf auf diesem Wort. Okay, gleiches Spiel. Aber wichtiger Unterschied, der verwerfende Lauf, Sie sehen es hier, ich habe ihn bezeichnet mit P0, P1 bis Pm. Warum steht hier M und nicht N? Hier oben stand N. Ja, klar, weil natürlich es sein kann, dass ein verwerfender Lauf kürzer ist als das Wort, welches gelesen wird. Ja, also es gibt ja zwei Möglichkeiten zu verwerfen. Die eine Möglichkeit ist, dass der Endzustand oder der letzte Zustand im Lauf kein Endzustand ist, nicht in F liegt. Und ich sollte hier vielleicht noch dazu schreiben, M aber gleich N ist. Das heißt also, es wird das ganze Wort gelesen, aber am Ende ist man nicht in einem Endzustand. Oder zweite Möglichkeit ist, es wird überhaupt nicht das ganze Wort gelesen, der Automat bleibt stecken. Und deshalb verwirft er, ja, diese beiden möglichen Fälle hatten wir bereits besprochen. Okay, und jetzt müssen wir einfach nur sehen, was in diesen Fällen jeweils passiert. Also der erste Fall ist, dass der Lauf am Ende nach Einlesen des Wortes in einem Nicht-Endzustand endet. Aber das bedeutet ja gerade, dass er in einem Endzustand landen wird, des komplementierten Automaten. Denn der hat ja genau die entgegengesetzte Akzeptanz in seinen Zuständen, das entgegengesetzte Akzeptanzverhalten. Okay, bleibt noch Fall 2. In Fall 2 haben wir also einen Lauf, der kürzer ist. Und dementsprechend. Hm, was passiert denn, wenn der Lauf kürzer ist in M? Ja, also M und M quer haben die gleiche Übergangsfunktion. Das heißt, der Lauf ist dann auch in M quer kürzer, nicht wahr? Aber wenn er in M quer kürzer ist als das Wort, dann kann er schlecht akzeptieren. Also ist er vielleicht gar kein akzeptierender Lauf für M quer. Also ist dieses Wort ja vielleicht überhaupt nicht in der Sprache von M quer. In diesem Fall. Genau. Das ist also die Stelle im Beweis, an der wir feststecken und wo wir merken, dass das, was wir eigentlich versuchen zu beweisen, falsch ist. Und jetzt haben Sie quasi live miterlebt, wie Informatiker, theoretische Informatiker und Informatikerinnen natürlich auch oft arbeiten. Wir haben eine Idee, DFA-Komplementierung, einfach die Zustände vertauschen, klingt erstmal plausibel. Und dann sind wir optimistisch. Ja, man muss optimistisch sein, wenn man in der Theorie arbeitet. Und versuchen, das zu beweisen. Das heißt, wir verwenden unsere üblichen Techniken, die für Sie jetzt auch schon teilweise hier übliche Techniken waren. In anderen Fachgebieten oder in anderen Teilen der Informatik haben Sie vielleicht andere Techniken. Aber im Prinzip hat man ja eine Idee, wie man sowas der Reihe nach systematisch zeigt. Manchmal auch nicht. Manchmal muss man sie ganz neu entwickeln. Aber jedenfalls geht man Schritt für Schritt vor und etabliert immer weitere Erkenntnisse über das, was man hier zeigen will. Und geht Fälle durch und überlegt, welche Möglichkeiten noch offen sind. Und nicht selten passiert es bei dieser Aktivität des Beweisens, einer Vermutung, dass man feststellt, dass man den Beweis nicht beenden kann. Dass man irgendwo feststeckt. Und das Feststecken selbst ist aber in dem Sinne kein Fehlschlag, sondern es ist ein Teil des Erkenntnisgewinns. Denn wenn wir irgendwo feststecken im Beweis, dann zeigt uns das oft recht genau, was an unserer Aussage problematisch, suspekt und vielleicht falsch oder unvollständig ist. Und nicht selten kann man aus dem Problem im Beweis dann auch ein konkretes Beispiel konstruieren, für das die Behauptung einfach nicht geht. Und bei uns ist das auch in gewisser Weise so. Wir sehen, hier gibt es offenbar Fälle, in denen der Lauf einfach zu kurz ist und deshalb verworfen wird, aber wir auch keinen entsprechenden längeren Lauf im Komplementärautomaten plötzlich erzeugen, sodass auch der Komplementärautomat verwirft. Und tatsächlich können wir für diesen konkreten Fall auch ein Gegenbeispiel jetzt entwickeln. Sehen Sie sich mal hier die beiden Automaten an. Zwei Zustände, C und D. Ich lese hier, angefangen vom Startzustand C, kann ich beliebig viele Nullen einlesen und irgendwann mit der 1 in den Endzustand D wechseln, indem ich weitere Einsen akzeptieren kann. Das heißt, die Sprache, die hier akzeptiert wird, ist eine beliebige Anzahl von Nullen, Nullstern, gefolgt von einer oder mehr Einsen. Und wenn ich das jetzt so komplementiere, wie wir das gerade versucht haben, dann erhalte ich diesen anderen Automaten. Und der akzeptiert nun direkt nach Start, das heißt, er akzeptiert das leere Wort. Und er akzeptiert ein Wort mit beliebig vielen Nullen. Das ist auch möglich. Aber sobald eine Eins erscheint, landen wir im Zustand D und von dort wird nie mehr Akzeptanz möglich sein. Das heißt, was hier akzeptiert wird, ist einfach Nullstern. Ja, also erster Automat, Wörter der Form Nullstern 1+, und zweiter Automat, Wörter der Form Nullstern. Und ich behaupte jetzt mal, dass diese beiden Sprachen nicht die Komplimente der jeweils anderen sind, also keine gegenseitigen Komplimente bilden. Und auch das kann man wieder mit einem Beispiel belegen. Also Sie müssten jetzt überlegen, gibt es ein Wort, welches in beiden Sprachen ist? Das wäre eine Möglichkeit, warum das schief gehen könnte. Oder, und das scheint nach unserem fehlgeschlagenen Beweis wahrscheinlich zu sein, gibt es ein Wort, welches in keiner der beiden Sprachen enthalten ist? Sie erinnern sich, in unserem Beweis hatten wir versucht, dass alle Worte im Komplement der Ausgangssprache auch vom Komplementärautomaten erkannt worden sind. Und haben festgestellt, es gibt da scheinbar Fälle, in denen der Komplementärautomat die Wörter nicht erkennt. Und das würde ja bedeuten, dass der Komplementärautomat im Prinzip zu wenig erkennt. Das heißt, dass es Wörter gibt, die nicht in der Sprache des Komplementärautomaten und auch nicht in der Sprache des Originalen liegen. Also in beiden nicht. Und das ist genau das, was wir hier finden. Zum Beispiel das Wort 0, 1, 0. Das ist nicht im ersten Automaten, denn es enthält einen Null nach einer Eins. Es ist aber auch sicher nicht im zweiten Automaten, da ist dieser Null überhaupt erlaubt in seinen Wörtern. Okay, das heißt, was wir hier haben, sind keine komplementären Sprachen. Und das bedeutet, die Konstruktion, die wir uns so schön überlegt haben und die vielleicht auch erst mal intuitiv schien, funktioniert nicht. Gut, und jetzt sagte ich schon, das ist die Art, wie wir normalerweise arbeiten. Ja, Versuch und Irrtum. Und je nachdem, wie gut die Intuition ist, die man hat, kann man manche Irrtümer natürlich vorher ausschließen. Aber oftmals ist es so, dass man den Beweis sehen muss, um zu wissen, was noch fehlt. Und in unserem Fall ist das auf jeden Fall gegeben, denn wir können an dem Beweis recht gut erkennen, wo die Behauptung fehlschlägt. Es gibt eigentlich ja nur einen Fall im Beweis, in dem wir es nicht geschafft haben, unsere Aussage zu zeigen. Und das war der Fall, dass ein Wort verworfen wird, weil es einen verkürzten, unvollständigen Lauf gibt. Und das Einfachste, was man in jedem Fall machen kann, wenn einem sowas passiert, wenn man also im Beweis mehrere Fälle betrachtet und feststellt, dass die nicht alle durchgehen, ist es natürlich zu sagen, gut, dann schränke ich einfach mein Theorem, meinen Satz, auf die Fälle ein, für die ich den Beweis erfolgreich angeben kann. Und in unserem Fall wäre das dann die Fälle, in denen es keine verkürzten Läufe gibt. Wir wollen also einen Automaten anschauen, in dem jeder Lauf die Länge des Wortes hat, egal ob er verwirft oder akzeptiert. Gibt es solche Automaten, die niemals verkürzte Läufe haben, die niemals einen Lauf abbrechen, weil keine Übergänge existieren? Ja, natürlich gibt es die, die haben wir auch schon angeschaut in einem vorigen Video. Und zwar sind das die totalen Automaten, die für jede Eingabe an jedem Zustand immer einen Übergang haben. Die werden garantiert nicht stecken bleiben. Die können höchstens am Ende in einem Nicht-Endzustand enden. Das heißt, für totale Automaten ist das, was wir zeigen wollen, im Prinzip schon gezeigt. Und genau so kann ich das aufschreiben. Satz, für jeden deterministischen endlichen Automaten M mit totaler Übergangsfunktion gilt, die Sprache des Komplements von M ist gleich das Komplement der Sprache von M. Und das haben wir schon bewiesen, der Beweis steht schon auf den Folien. Nur, dass der Problemfall mit den verkürzten Läufen hier keine Rolle spielt. Okay. Trotzdem reicht uns das, ja. Also in der normalen wissenschaftlichen Praxis kann es natürlich oft sein, dass man einen Satz abschwächen muss und sich im Prinzip auf diese Art mit weniger zufrieden gibt, weil man den erhofften allgemeineren Satz nicht beweisen konnte. Aber in unserem Fall ist die Abschwächung eigentlich keine echte Abschwächung, denn wir wissen ja, dass die Sprachen, die man mit solchen totalen DFA erkennen kann, keine anderen sind als die Sprachen, die man überhaupt mit irgendeinem DFA erkennen kann. Wir haben einen Algorithmus eingeführt, mit dem es möglich ist, jeden DFA total zu machen. Und das bedeutet, wenn wir diesen Algorithmus anwenden, bevor wir komplementieren, dann sind wir immer auf der sicheren Seite und es gelingt uns immer, eine durch einen DFA gegebene Sprache durch einen komplementären DFA zu komplementieren. Gut. Jetzt habe ich das Ganze hier für DFA angegeben und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe nur von deterministischen Automaten gesprochen. Das ist ein interessanter Gegensatz zu den früheren Abschlüssen bei Schnitten und Vereinigungen, wo wir immer mit NFA gearbeitet haben, was dort auch angemessen war, denn die Konstruktionen haben ohnehin NFA erzeugt oder zumindest bei der Vereinigung war das so, beim Schnittzeilen an sich, da wurde einfach der Determinismus der Eingabeautomaten erhalten. Zwei DFA haben wieder einen DFA gegeben. Hier nun habe ich mich beschränkt auf DFA und man kann jetzt natürlich fragen, wie ist es denn eigentlich, wenn wir NFA anschauen. NFA mit totaler Übergangsfunktion vielleicht. So etwas haben wir überhaupt nicht definiert bisher, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber könnte man vielleicht auf diese Art das Ganze auch allgemeiner ausdrücken. Da können Sie gerne kurz drüber nachdenken und ich werde Ihnen die Antwort gleich sagen. Es hat natürlich seinen Grund, dass ich hier mit DFA arbeite, denn tatsächlich kann man auch NFAs nicht direkt komplementieren. Zunächst einmal bei nicht totalen NFAs ist es klar, klar, dass das Gegenbeispiel, was wir vorher angegeben haben, auch genauso zutrifft. Ich könnte diese beiden Automaten auch als NFA darstellen und es würde das gleiche Problem auftreten. Aber selbst wenn wir versuchen, so etwas wie einen totalen NFA zu definieren, also zu sagen, es ist ein NFA, bei dem in jedem Zustand für jedes Symbol mindestens ein Folgezustand existiert, mindestens einer natürlich, es können auch mehrere sein, sonst wäre es kein NFA, aber selbst diese können nicht einfach durch Vertauschen der End- und Nicht-Endzustände komplementiert werden. Und das lasse ich mal als Übung stehen. Denken Sie mal darüber nach, gibt es ein Beispiel, ein Gegenbeispiel für einen NFA, der in jedem Zustand für jedes Symbol mindestens einen Übergang hat und bei dem trotzdem das Vertauschen der End- und Nicht-Endzustände nicht zur Komplementärsprache führt. Ich denke, wenn man sich das überlegt, kann man ganz gut daran verstehen, wie NFA arbeiten und was hier das Problem sein könnte. Okay, gut. Das also war das Komplement und es bleiben noch zwei relativ einfache Fälle übrig für dieses Video. Das ist die Konkordination und der Klinikstern. Auch hier gibt es Abschlüsse und hier sind die Konstruktionen wieder sehr, sehr einfach. Die Idee bei Konkordination ist es, vielleicht das zu tun, was man auch intuitiv erwarten würde. Wir wollen die Automaten hintereinander hängen. Das Konkordnieren von Sprachen ist ja nichts weiter als die Hintereinanderhängung von Sprachen. Das heißt, sie wählen zunächst ein Wort aus der ersten Sprache und folgen dieses mit einem Wort aus der zweiten Sprache. Und da ein Automat Dinge der Reihe nach einliest, ist es das Natürlichste, was man hier machen kann, dass man zunächst mit der Bearbeitung des ersten Automaten beginnt und dann, wenn der erfolgreich war, in den zweiten Automaten wechselt. Das heißt, dort wieder mit den Anfangszuständen beginnt, nach den Endzuständen des ersten. Das könnte man jetzt direkt machen und versuchen, eine Konstruktion anzugeben, aber noch viel eleganter als das ist es, einfach ein Feature zu verwenden, das wir vor zwei Videos, also im vorletzten Video eingeführt haben, nämlich die Epsilon-Transition. Mit der Epsilon-Transition können wir ja einfach, ohne ein Zeichen zu lesen, spontan von einem Zustand in einen anderen übergehen. Und das eignet sich natürlich perfekt, um vom Endzustand des ersten Automaten zu einem Startzustand des zweiten zu gelangen. Und hier ist die Definition dafür, die genaue Konstruktion mit den formalen Bestimmungsstücken. Wir beginnen wieder mit zwei nicht-deterministischen Automaten, M1 und M2, die die üblichen Teile aufweisen und das gleiche Alphabet haben. Und wir nehmen an, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, wie wir es bei der Vereinigung schon getan hatten, dass die beiden Zustandsmengen disjunkt sind. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müssten wir halt einfach Zustände umbenennen, um das sicherzustellen. Unter diesen Umständen können wir jetzt einen Konkadenationsautomaten bilden. Den bezeichne ich so mit einem Finger wieder um das kleine Pünktchen. Und dieser Konkadenationsautomat ist im Prinzip erstmal sehr ähnlich dem Vereinigungsautomaten. Wir nehmen die Vereinigung beider Zustandsmengen. Wir haben das gleiche Alphabet. Wir haben eine spezielle Übergangsfunktion, die ich gleich beschreiben werde. Wir haben aber nur die Anfangszustände von Automat 1 und nur die Endzustände von Automat 2. Und das macht natürlich auch Sinn. Wir wollen bei Automat 1 anfangen, ein Wort aus der ersten Sprache nehmen und dann irgendwie zu Automat 2 gelangen und irgendwo, wenn wir dort ein Wort gefunden haben in der zweiten Sprache, am Ende abschließen in einem Endzustand natürlich aus dem zweiten Automat. Okay. Wie sieht jetzt die Übergangsfunktion aus? Dein Teil ist genau das gleiche wie bei der Vereinigung. Wir nehmen einfach alle Übergänge, die in den Automaten vorher vor der Vereinigung existierten, bleiben erhalten. Und das ist hier so aufgeschrieben, wie wir es zuvor gemacht hatten. Also Delta von QA für einen Zustand Q und ein Zeichen A sind definiert als Delta 1 von QA, falls es ein Zustand aus dem ersten Automaten war, und als Delta 2 von QA, falls es ein Zustand aus dem zweiten Automaten war. Also die Übergänge bleiben, wie sie waren. Und dann möchten wir noch Epsilon-Übergänge hinzufügen, also Wortübergänge für das leere Wort. Und diese definieren wir so, dass wir sagen, es gibt einen Übergang für Epsilon und einen Zustand Q, und der führt uns in die Menge aller Startzustände. Ja, wir haben also hier eine Menge als Ziel. Das heißt, wir können mit Epsilon in jeden Startzustand von des zweiten Automaten kommen, falls Q ein Endzustand des ersten Automaten ist. Und für alle anderen Fälle definieren wir das als die leere Menge. Die Notation, die ich hier verwende, ist nicht ganz die Notation, wie wir sie bei Automaten mit Wortübergängen verwendet hatten. Ja, Sie erinnern sich, da hatten wir eigentlich von einer Relation Delta gesprochen, aber ich hatte auch schon mal vor einigen Videos vorher erklärt, dass wir Automaten auch leicht entweder mit Relationen oder mit Funktionen definieren können. Und hier sehen hoffentlich leicht, dass das äquivalent ist, was ich hier mache, indem ich einfach einen Funktionswert definiere. Man hätte auch die Automaten mit Wortübergängen direkt mit so einer funktionalen Notation definieren können. Allerdings ist dann die Bedingung für die Endlichkeit ein bisschen weniger natürlich vielleicht. Man muss dann sagen, dass diese Funktion für alle bis auf endlich viele Fälle die leere Menge als Ergebnis produziert. Was etwas umständlicher ist, als wenn man einfach sagt, die Relation ist endlich. Okay, aber es ist am Ende das Gleiche wie da. Wenn man es zeichnet im Diagramm, würde es auch nicht anders aussehen, sicherlich. Okay, gut, also nochmal, wir gehen von allen Endzuständen des ersten Automaten mit Epsilon zu beliebigen Startzuständen des zweiten Automaten über. Das heißt, was hier passiert ist, zunächst simuliert dieser Konkordationsautomat M1. In jedem Endzustand kann er sich dann nicht deterministisch entscheiden, entweder diese Simulation fortzusetzen. Ja, also es könnte ja sein, es gibt ja weitere Übergänge in M1, die man noch nehmen kann. Oder mit der Simulation von M2 zu beginnen, mit dem Epsilon-Sprung in M2 zu gehen und dort dann den Rest des Wortes abzuarbeiten. Und das ist tatsächlich eine sehr nicht deterministische Entscheidung. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, nach vorn zu schauen und wie der Automat nicht wissen, was noch kommt, dann ist es tatsächlich ja schwer zu sagen, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das Wort im ersten Automaten zu beenden und den Rest im zweiten zu akzeptieren. oder ob es besser wäre, vielleicht noch einige Zeichen mit dem ersten Automaten zu verarbeiten, um dann etwas zu erhalten, was eher im zweiten Automaten akzeptiert werden kann. Das ist tatsächlich bei komplizierten Sprachen nicht einfach zu ermitteln. Das ist auch, wenn Sie es implementieren, nicht einfach zu ermitteln, wenn die Sprachen komplex genug sind. Okay, gut. Das ist also die Konkreditation und in dem Fall ist der Beweis der Korrektheit sehr einfach und nicht wirklich nötig, aber zumindest ein Beispiel möchte ich Ihnen zeigen. Hier haben wir zwei Automaten, die wir schon gesehen haben, oder fast in dieser ähnlichen Form schon gesehen haben. Zunächst der Automat, der Wörter mit einer geraden Anzahl an Nullen akzeptiert und hier analog dazu ein Automat, der Wörter mit einer geraden Anzahl an Einsen akzeptiert. Ich habe also nur Null und Eins in den Übergängen vertauscht als andere. Sieht gleich aus. Ich habe aber auch die Zustände hier anders benannt. Natürlich, wir wollen ja desjunkte Zustände. Und jetzt möchten wir diese Automaten verbinden und das geht ganz einfach, indem wir sie nebeneinander schreiben und den Startzustand des ersten Automaten nur verwenden, nicht den des zweiten und stattdessen einen neuen Epsilon-Übergang vom ehemaligen Endzustand des ersten, der nun kein Endzustand mehr ist, zum Endzustand des zweiten Automaten hinzuzufügen. Ja, okay. Das also ist der Konkatenationsautomat dieser beiden Sprachen und auch hier wieder eine kleine Übung für Sie. Überlegen Sie mal, welche Wörter dieser Automat nicht akzeptiert. Vielleicht erst mal ein Beispiel. Finden Sie ein Wort, das der Automat nicht akzeptiert. Und dann vielleicht mal eine allgemeine Beschreibung. Können Sie eine kurze, geschlossene Beschreibung dafür angeben, wie die Wörter aussehen, die dieser Automat nicht akzeptiert? Oder akzeptiert er etwa alle Zeichenketten aus Nullen und Einsen? Irgendwie. Ne, das vielleicht nicht. Schauen Sie mal nach. Okay, gut. Das ist also das Beispiel zur Konkatenation und wie gesagt, diese Berechnung, diese Operation tut das Richtige. Sie ist korrekt. Das heißt, die Sprache von diesem Konkatenationsautomat ist genau die Konkatenation der Sprachen der Teilautomaten. Und das zu zeigen ist sehr einfach und direkt und genau zu dem Analog, was wir schon gesehen haben. Deshalb erspare ich sie. Okay, bleibt noch zu guter Letzt der Stern. Beim Stern gibt es noch weniger zu tun jetzt eigentlich, denn nachdem wir schon wissen, wie Konkatenation geht, können wir uns einfach daran erinnern, dass Sterne ja letztlich nichts weiter sind als verallgemeinerte Konkatenation. Beim Stern hängen sie immer wieder neue Kopien derselben Sprache an. Null oder mehr. Null oder mehr heißt auch, in L-Stern liegt stets das leere Wort. Das heißt, das ist die nullfache Iteration der Sprache. Aber es liegen auch alle anderen Potenzen der Sprache darin. Also L selbst, L konkateniert mit L, L konkateniert mit L, L konkateniert mit L und so weiter. Das heißt, wir können eigentlich das Ganze so entwickeln als eine verallgemeinerte Konkatenation und auch mit der gleichen Konstruktion im Prinzip arbeiten. Nur, dass es hier nur einen Automaten gibt. Und die Idee ist nun, dass wir den Automat rekursiv an sich selbst anhängen. Wie geht das? Wir verbinden einfach die Endzustände mit den Startzuständen über Epsilon-Transition. Okay, hier steht es genau aufgeschrieben. Wir betrachten also einen NFA mit Zuständen und Übergangsfunktionen wie immer und definieren jetzt einen Automaten M-Stern. Da ist ein Epsilon-NFA, also ein Automat mit Epsilon-Übergängen, den wir mit fünf Bestimmungsstücken wieder angeben, und die, wovon nur das Alphabet das gleiche ist, die anderen sind alle hier definiert. Zunächst einmal die Zustandsmenge. Sie ändert sich ein wenig. Wir nehmen in Q' zu den vorhandenen Zuständen in Q noch einen neuen Q-Epsilon hinzu. Von dem wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit auch annehmen, dass der nicht schon in Q liegt. Ja, sonst nennen wir ihn irgendwie anders. Und für die Übergangsfunktion ist es jetzt so, für die schon vorhandenen Zustände nehmen wir einfach die gleiche Übergangsfunktion, die wir schon hatten. Für alle Q in Q und A in Sigma. Für Q-Epsilon hingegen definieren wir, dass der, äh, pardon, für Qf, die Endzustände definieren wir, dass wir, ähm, von ihnen aus mit Epsilon-Transitionen nach Q0 gelangen. Das heißt, von jedem Endzustand, von jedem Qf in F, kann ich mit einer spontanen, äh, einem spontanen Übergang in jeden beliebigen Zustand der Startzustände wechseln. Und für Q-Epsilon definieren wir überhaupt keine Übergänge, wie Sie sehen. Q-Epsilon steht nur für sich. Und das reicht. Die Startzustände sind, ähm, dieselben, die wir zuvor hatten, plus Q-Epsilon. Also Q-Epsilon ist Startzustand und die Endzustände sind auch dieselben, die wir zuvor hatten, plus Q-Epsilon. Und Sie sehen jetzt, Q-Epsilon ist ein Zustand ohne Übergänge, der einfach nur Start- und Endzustand ist und genau den einen Zweck erfüllt, dass wir das leere Wort Epsilon in jedem Fall akzeptieren. Ansonsten hat er keine Beziehung zu dem Rest des Automaten. Und, ähm, die, ähm, sonstige Konstruktion, die wir hier durchführen, verwandelt den Automaten in einen Automaten für, ähm, den, äh, die Sprache plus. Ja, also die, alles, was nicht im Epsilon, äh, das leere Wort betrifft, ähm, alle Iterationen der Sprache, die einmal oder mehrmals ein Wort der Sprache hintereinander hängen, erreichen wir jetzt durch diese abgewandelte Version des Automaten. Indem wir aus den Endzuständen wahlweise zurückspringen dürfen in die Startzustände. Und auch das ist wieder eine nicht-deterministische Entscheidung. Ja, es könnte ja sein, man kann auch im Endzustand direkt weitere Übergänge benutzen, um das Wort, ähm, um noch weitere Eingaben zu verarbeiten. Und es ist immer eine nicht-deterministische Entscheidung, wie viele Zeichen gehören jetzt zum ersten Wort der Sprache, bevor wir mit Epsilon zurück zum Anfang springen und versuchen, noch ein weiteres Wort der Sprache zu erkennen. Ja, also da, das ist auch was, was man jetzt nicht ohne weiteres erkennen würde, wenn man eine Zeichenfolge, ähm, in dieser Weise ausarbeiten, äh, abarbeiten sollte. Okay, aber das ist ja das Schöne am Licht-Determinismus, wir müssen zunächst uns nicht überlegen, wie wir das, ähm, entdecken könnten, sondern es genügt, äh, anzunehmen, dass es eine Möglichkeit gibt, oder zu erkennen, dass es eine Möglichkeit gibt, das richtig zu machen. Okay. Ähm, auch in dem Fall haben wir den offensichtlichen Korrektheits-Satz und, ähm, die, äh, dass die Sprache, nämlich dieses Automaten, genau der Klinie-Abschluss der originalen Sprache ist. Und auch das ist analog und, ähm, zu dem, was wir bisher gesehen haben. Zum Schluss möchte ich noch kurz erwähnen für die letzten beiden Konstruktionen. Wir haben natürlich die Epsilon-Übergänge verwendet, aber sie erinnern sich auch, dass wir diese entfernen können mit der Konstruktion, die wir gezeigt haben im vorletzten Video oder, ähm, mit einer anderen Konstruktion. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere, die man nutzen könnte. Man hätte hier auch natürlich direkt den Automaten so definieren können, dass die Epsilon-Übergänge gar nicht nötig sind. Aber das hätte, ähm, das nicht klarer gemacht und hätte nur bedeutet, dass wir die Ideen aus der Epsilon-Eliminierung in jeder dieser Definitionen indirekt wieder mit aufschreiben. Und das hätte das Konzept nur, nur verwaschen letztlich. Also Sie sehen, das ist so ein Punkt, wo, wo das Epsilon uns sehr viel hilft, um, um eine Idee klar darzustellen, ohne dass uns das in unserer, äh, in der Allgemeinheit der Ergebnisse irgendwie einschränkt. Also, sofern wir das hier mit Epsilon-Automaten hinbekommen, wissen wir natürlich auch, dass wir es auch ohne Epsilon hinbekommen würden und dementsprechend, dass die, ähm, Sprachen, die wir hier konstruieren, auch alle mit normalen, herkömmlichen NFA oder auch DFA, wenn wir sie, äh, determinisieren, ähm, erkannt werden können. Und in jedem Fall also regulär sind. Und das ist das, was wir zeigen wollen hier in diesen Abschlusseigenschaften und, ähm, der Abschluss auch dieser, ähm, Videoreihe. Wir haben einiges, äh, in den letzten beiden Videos gesehen. Zunächst, dass die regulären Sprachen unter sehr vielen, ähm, normalen, üblichen Operationen abgeschlossen sind, ähm, und wie ich schon sagte, auch unter allen davon ableitbaren Operationen, also zum Beispiel die Mengendifferenz oder die Differenz zwischen zwei Sprachen, die wir definieren könnten, indirekt, die, äh, auch unter der ist, sind reguläre Sprachen abgeschlossen. Ähm, ähm, und wir haben die wichtige Idee kennengelernt, dass man, äh, den, äh, Operationen auf Sprachen entgegenstellen kann, passende Operationen auf den Automaten, mit denen man, äh, ähnliche Effekte erzielt, nur eben auf Automaten anstatt auf Sprachen. Gut, ähm, das, äh, war es dann mit Abschlusseigenschaften. Was kommt als nächstes? Es gibt sicherlich noch einiges zum Thema reguläre Sprachen zu sagen, ähm, es gibt noch mehr Darstellungsformen, die wir betrachten. Ähm, es ist auch noch völlig offen bisher, welche Sprachen eigentlich nicht regulär sind, ja. Wir haben zwar die Chomsky-Hierarchie, äh, angeschaut und wir haben auch bewiesen, dass alle regulären Sprachen, äh, kontextfrei sind und so weiter, aber das zeigt natürlich noch nicht, dass es überhaupt irgendeine Sprache gibt, die, ähm, nicht regulär ist und, ähm, durch Grammatiken erkannt werden kann, ja. Ja, das haben wir bisher überhaupt nicht besprochen. Wir wissen schon, dank Kantor, ja, dass es, äh, sicherlich Sprachen gibt, die nicht regulär sind, aber wir wissen nicht, ob es überhaupt Typ-0-Sprachen gibt, die nicht regulär sind. Okay. Gut, und, ähm, eine andere Sache, die wir uns auch in den nächsten Vorlesungen anschauen wollen, ist, ähm, die Minimierung von Automaten, also die Idee, dass man, äh, vielleicht ja in bestimmten Fällen einen optimalen Automaten konstruieren kann, ähm, der möglichst wenige Zustände enthält. Ähm, das wird auch ganz spannend. Okay, gut, äh, genug für heute, äh, schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie Anmerkungen haben, schicken Sie die uns und, ähm, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.